Herr Tichy, wunderschön diese Aussicht. Was? Hast du verknallte Sicherung? Jetzt, wir haben ein Problem. Der kam aus dem Küchenschrank. Weiß ich, normalerweise ist Staubig-Sauger. Hab ich gesagt, nimmst du weg von Steuerung. Hab ich gesagt, Rakette braucht Inspektion. Oder hab ich nicht gesagt, ha? Was hast du gemacht mit Steuerung, ha? Von wegen Rakette fliegt gut, ja, ja, ja. Bist du Schuldigkeit für Landung in Bruch? Unverschämt. Tja, bitte. Wenn wollte, bleiben blöde Staubig-Sauger lieber auf fremde Planet. Mir doch egal. Ah, jetzt mir war klar. War die Planet Torkov. War gefährlich, wegen Kuluppen. Dann kam das richtige Problem.